Heute ist Montag, der 6. Mai 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffne ich mit euch ein Kinder-Joy-Ei und zwar wieder von Fast & Furious. Wir hatten ja das letzte Mal ein Spielzeug und ich hoffe, dass wir heute Glück haben und eine Figur finden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Kinder-Joy-Ei des Tages. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020